Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Für wen zieht heute Fortuna das Glück? Heute, am 13. August 2017. Das sind die Dirk-Rei-Zeichnen, Wiedergeborenen, besonders die Wiedergeborenen, die am 13. April und am 14. April Geburtstags haben. Und in welchem Lebensbereich haben die Wiedergeborenen gerade Glück? Sie haben Glück im Ausland. Sie haben Glück auf einer Reise. Oder ich könnte sagen, wir haben Glück. Ich gehöre auch dazu. Also wir haben Glück gerade auf einer Reise. Und Glück bei einer Veränderung oder einem Wechsel. Kann auch ein Besuch sein oder eine Einladung. Und das ist auch sehr glücksversprechend. In einer rechtlichen Lage bekommen wir gerade auch Vorteile. Und wo sollen wir achten? Was könnte das verhindern, dieses Glück? Als erstes sollen wir das bewusst wahrnehmen. Das heißt, Augen offen halten und in dem Tag aktiv zu sein. Dann sollen wir auch darauf achten, dass etwas bremst uns bei diesem Glück. Oder jemand bremst uns bei diesem Glück. Und das sollen wir verabschieden, loslassen. Und diese Bremse kann auch unserem Ängste sein. Das bedeutet, die Ängste loslassen. Und keine Angst vor Veränderungen. Weil diese Veränderung, was jetzt beginnt bei den Wiedergeborenen, bringt auch Glück im Leben. Wenn ihr Interesse habt, das eigene Glück und Glückstagen zu berechnen, dann könnt ihr mit mir kontaktieren. Unten bei der Beschreibung sind die Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.